So, willkommen zurück zu Sacred Gold. Oh, hoppla, jetzt habe ich den Zauber benutzt. Das war mal wieder dumm von mir. Also, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben einige Nebenmissionen angenommen. Ich guck mal kurz in mein Logbuch. Ich hab gesehen, dass mein Sacred Gold nicht so viele Aufrufe hat. Das ist zwar nicht sehr schön, aber es ist halt so. Deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen spannender zu machen. Ein bisschen mehr Dynamik in das Let's Play reinzubringen. Und, ähm... Ja, würde ich sagen, wir fangen mal an. Kloppen wir erstmal ein bisschen. So, komm her, du Oger. So, und du auch. Komm her. Und du auch. Komm her. So, super. Götte, der Vergessene. Gut, dann geht's jetzt weiter. Dann machen wir nochmal eben den hier auch. Komm her. Bäm, so. Und, wen haben wir hier? Noch einer. Ach, ganze Party haben wir. Na gut. So. So. So, einmal den Ring aufnehmen. Was haben wir hier? Sauber. Sauber, sauber. Können wir heilen? Super. So, um den kümmern wir uns auch noch. So. Gut. Ich mache jetzt ein bisschen mehr Hauptmissionen, weil ich glaube, es ist ziemlich langweilig mit der Nebenmissionen. Oder mache ich erst Nebenmissionen? Also ihr könntet in den Kommentaren schreiben, ob ich eher jetzt Hauptmissionen durchspielen soll oder ein bisschen auch mit Nebenmissionen. Ich mache natürlich Nebenmissionen, um mich auch vorzubereiten auf den Endgegner. Die sind ziemlich stark. Da braucht man gute Vorbereitung. So. 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 Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Das war's. Na, kommt her. Na, komm. Komm her. Komm her. Kommt alle her. Genau so. Nee, das ging jetzt schief. So. 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 Sauber. So. Bestätig. Shit. Gold. So. 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 So., gut. Ähmm. Nee, das war's jetzt nicht. eben allen trainiert den auch ein. Ich weiß, dass du dabei. Man teile ich den. Super. Ah, die Regeneration ist auch nicht gerade sehr schnell. Komm schon. Sauber. Ja, ich hab's immer zurückgekehrt. So, dann gucken wir mal in mein Inventar. Wir haben doch hier so einen schönen Ring. Da wartet der Schaden. 3 bis 4. Das haben wir hier. 892. Der ist teuer. Ich würde sagen, der kommt weg. Und den nehmen wir. Cool, jetzt haben wir schon einen guten Ring. Die Amulette sind auch okay. Die Gürtel der Vergessenen. Nee. Gut, der ist schlechter. Physische Resistent. Gut, 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 gut. Auch schlechter. Okay, gut. Haben wir noch Skill-Punkte? Nein, haben wir nicht. Gut, dann machen wir hier nochmal ein Kampf hier. So, du auch. Wir könnten nochmal neben das Jumann. Was haben wir denn gerade? Hm, hm, hm. Die Kriegsbärden müssen wir noch machen. Solltbuch. Die verschollene Schmied. Mit dem Hexer hatten wir doch was. So, ein kleiner Schamane. Oh, der ist hier nicht stark. Alter, sterb. Okay, gut. So. Ist der Tod? Sauber. Nur erstmal ein bisschen durchlaufen. Ich habe jetzt nämlich nicht so viel Lust aufs Kämpfen gerade. Ich will jetzt einfach durchlaufen. Okay, okay, okay. Es sind ziemlich viele. Es sind sehr viele. Ja, 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 ja. Ist gut, ist gut, ist gut. Wenn ihr sterben wollt, dann könnt ihr von mir auf sterben. So. Und schon hätten wir aufgeräumt. Ach, so ein kleiner Gesetzesloser. Sterb. Und unser Wilbur ist gerade down gegangen. Aber der regeneriert hoffentlich. Da ist noch ein kleiner Dieb. So. Für die Gerechtigkeit haben wir jetzt. Die kämpft gerade gut. Dann geht's jetzt weiter. Ich habe jetzt nicht so viel Lust auf Kämpfe. Na, um den mit mir und kümmern. Dämon. Dämon. Duidischer. Döden. Na, aha. Ach, komm her. Oh, 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 oh. Ach, du heiliger. Der heile ich mich lieber schnell. Oh man, sterbt ein blöder Org. Soll ich nachhelfen? Ach, nee, geht noch nicht. Puh, das war knapp. Alter, sterbt. Geht doch. So, ein bisschen Gold bekommen. Ich schieße da mit Giftfallen. Da. Oh nee, mit Feuerfallen würde man. Ich glaube, ich kämpfe mal mit meiner Keule. So. Gut. Und Wilbur ist schon wieder tot. Gott sei Dank. Wie spawns ja immer. Sonst hätte ich echt ein Problem schon. Alter, ich habe jetzt keine Lust, die Anzeige gegen Gegner zu campen. Geht doch. Ach, da ist noch einer. So, jetzt reicht es aber. Immer noch eine. So, schnell heilen. So. Was haben wir denn da so alles bekommen? Viel Schrott, wie ich sehe. Das ist nicht gut. Und feurige Armschienen des Respekts. Uiuiui. Die sind zwar ein bisschen schlechter im Schutz, aber ne, die ziehe ich mir noch nicht an. Das ist okay. Eigentlich ist der ganz gut, der kleine Magier-Stab. Soweit, ähm, die Handschuhe kann ich vergessen. Zerreißende Hammerdecke. Hörmten. Uiuiuiui. Jährliche Keule der Pein. Okay, gut. Da ist noch Gold. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 22.000? Na. 22.000. So, dann können wir uns nochmal mit den hier. Stern. Geht doch. So. Ich habe auch bemerkt in meinem Let's Play, dass ich ein bisschen zu oft die, ähm, wie heißt es, die, ähm, Karte aufgemacht habe. Das stört. Das versuche ich jetzt auch zu unterlassen. Und ich lese nicht mehr die Texte vor, also, die könnt ihr selbst lesen. Gut. Dann nehmen wir jetzt erstmal alle Missionen an, aber ich kann nicht alle machen. Ich weiß. Ich will mal zum Händler. Ist hier ein Händler? Nee, vielleicht hat hier jemand noch einen Auftrag. Ah, war eine Kiste. Rottet da lang durch. Okay. Da habe ich nicht drauf gewartet. Ist das hier so eine kleine Ortschaft? Oder was ist das hier? Reißenden Bestie. Oh, sehr schön. Ich würde sagen, die legen wir schnell um. Dann haben wir die Missionen erledigt. Und gut. Oh, zumindest haben wir schon steckt. Ein einfacher Armbruch. Na, sehr gut. Äh. Okay. Okay.